besteuerungsanteil der gesetzlichen rente steigt im jahr 2023 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de 2023 hat begonnen und damit auch eine neue besteuerung für altersrenten im jahr 2023 also für neurentnerinnen und neurentner deren renten im jahr 2023 beginnt gilt ein neuer besteuerungsanteil der besteuerungsanteil der gesetzlichen rente beträgt dann 83 prozent 17 prozent der rente sind steuerfrei das ist im grunde genommen nichts neues aber möglicherweise kann der besteuerungsanteil von 83 prozent noch im jahr 2023 geändert werden denn wir haben ja das wissen sie zwei doppelbesteuerungsurteile des bundesfinanzhofs aufgrund dessen der bundesfinanzminister die komplette volle besteuerung der renten die ja für das jahr 2040 vorgesehen ist und auch aktuell noch so gilt auszudehnen bis auf das jahr 2060 damit würde dann auch der besteuerungsanteil einer gesetzlichen rente im jahr 2023 dann leicht sinken und zwar dann auf 82,5 prozent und 17,5 prozent der rente wären dann nur noch steuer oder dann steuerfrei also ein etwas höherer anteil der gesetzlichen rente wäre dann steuerfrei aber ob es tatsächlich dann im jahr 2023 zu dieser gesetzlichen änderung kommt steht noch in den sternen wir warten alle auf die informationen aus dem bundesfinanzministerium also noch mal ab 2023 für neue rentner gilt steuerungsanteil der gesetzlichen rente 83 prozent und bitte nicht vergessen wer im zweifel ist immer eine steuererklärung abgeben das erspart ein haufen ärger mit dem finanzamt näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel ich kann hier viel mehr wie hier aus den bre captive knöppel heute ist ja einfach die heute hierPorMD azulerner – ich bin in drei Sekunden damitOials